Auf Schalke geht der Machtkampf weiter. Jens Buchter, unser Aufsichtsratsvorsitzender, wirft der sogenannten Rangnick-Gruppe oder Geheimen-Gruppe, wie ihr auch immer möchtet, vereinsschädigendes Verhalten vor. Außerdem ist diese Gruppe jetzt mittlerweile geleakt worden, heißt neun dieser Mitglieder sind jetzt bekannt. Darüber sprechen wir heute auch in diesem Video und wir sprechen über einen jungen Schalker, der jetzt seinen ersten Profi-Vertrag unterschreibt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ja, wir fangen mal mit den positiven Nachrichten an, würde ich sagen, oder? Luca Campanile bekommt jetzt seinen Profi-Vertrag bei Schalke 04. Der junge Mann ist Rechtsverteidiger, ist Deutsch-Italiener und kommt aus der Jugend von der TSG Hoffenheim. Dort ist er lange Jahre ausgebildet worden, zuvor von den Stuttgarter Kickers und ist letztes Jahr schon in unsere Jugend gekommen. Jetzt hatten wir natürlich das Problem, dass durch Corona die Jugendmannschaften alle nicht spielen konnten. Heißt, vier Spiele hat er tatsächlich für Schalke gemacht, davon auch 100% alle Einsatzzeiten gehabt. Ansonsten müssen wir einfach mal gucken, wie er sich jetzt gehalten hat, körperlich und fitnesstechnisch. Rechtsverteidiger ist natürlich eine Position, wo wir wirklich jemanden gebrauchen können. Timo Becker haben wir zwar da jetzt, der macht auch einen sehr, sehr guten Job. Allerdings hat er seinen Vertrag ja auch noch nicht für das nächste Jahr verlängert. William ist definitiv weg. Und deswegen perspektivisch da den Luca Campanile zu haben, auch um dem Timo Becker Druck zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Gut, ja, dann kommen wir nochmal zu diesem Machtkampf. Und zwar, ja, Jens Buchter hat jetzt diese Gruppe vereinsschädigend genannt, beziehungsweise deren Verhalten vereinsschädigend genannt. Ich zitiere einmal, man muss sich das einfach mal vorstellen. Da hat eine nicht legitimierte Gruppe mit Rangnick gesprochen und ihm im Namen des Vereins ein Angebot gemacht. Das ist ein klarer Verstoß gegen ordnungs- und satzungsgemäße Abläufe und gegen die Absprachen, die wir im Aufsichtsrat haben. Okay, gut, dabei hat er es dann auch nicht beseien lassen, sondern auch noch gesagt, die Gruppe, die über den Aufsichtsratsmann Stefan Gesenhus kommuniziert, habe zu den Sponsoren unter anderem Felddienst und Stölting aufgefordert, für den Fall einer Ablehnung Rangnicks ihr Engagement zu überdenken und somit Druck ausgeübt. Deswegen meine Beurteilung vereinsschädigend. Tut mir leid, anders kann ich es nicht nennen. So hat Buchter es gesagt. Okay, gut, also Stölting und Felddienst sollen wohl angesprochen worden sein, wenn der Aufsichtsrat auf Rangnick verzichten sollte, wenn der Aufsichtsrat gegen Rangnick stimmt, dann sollten die doch ihr Engagement zu überdenken und das ist natürlich dickes Holz. Aber das muss man wirklich sagen, dass es, wenn das tatsächlich so gewesen wäre, dann geht das natürlich gar nicht. Jetzt muss man allerdings natürlich alle Aussagen, die da jetzt kommen, egal von welcher Seite, müssen wir jetzt alle mit Vorsicht genießen. Das sagen wir jetzt mal schon mal ganz klar. Und zwar, ich sage euch auch warum, und zwar werdet ihr gleich erfahren, warum. Also, das ist der geheime Rangnick-Kreis. Sogar ein Eurofighter ist dabei. Die Bildzahlung hat jetzt neun Namen insgesamt gelegt. Und ja, diese neun Namen, die, wie die Medien halt so sind, sind teilweise auch schon abgeschrieben worden von den Medien. Ich habe jetzt die Namen von 90minuten.de und hier kommen sie. Also, einmal, also die geheime Gruppe. Professor Ulrich Petzl, Vorstandsvorsitzender der Emscher-Genossenschaft. Dann Frank Haberzettel, Geschäftsführer des Deutschen Beamtenwirtschaftsverbandes. Dr. Armin Langhorst, ehemaliger Mannschaftsarzt übrigens von Schalke 04. Wirklich lange, lange Jahre unter anderem bei den Eurofightern im Einsatz gewesen als Mannschaftsarzt und auch langjähriges Aufsichtsratsmitglied. Von 2011 bis 2017 war er schon im Aufsichtsrat. Ja, auch er ist mit in dieser Gruppe drin. Dann Hafid Hadrovic, Geschäftsführer von Hafid. Das ist unser Ärmelsponsor. Wenn ihr mal auf unsere neuen Trikots geschaut habt, das ist unser Ärmelsponsor. Hafid hat ja im Zuge dieser Krise extra nochmal seinen Vertrag jetzt auch verlängert mit Schalke 04. Auch noch zu verbesserten Konditionen. Also, kolportiert werden da im Moment 5,5 Millionen pro Jahr bezahlt an Schalke 04 für, ja, das Ärmelsponsoring. Und das ist natürlich eine, ja, eine richtig gute Sache. Ich weiß noch, wie der Vertrag verlängert worden ist. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, über dieses Zeichen. Also, Hafid Hadrovic ist auch mit dabei. Dann Hans Moosbacher. Und jetzt wird es halt komisch, ne? Von der Stölting Service Group, der, ähm, äh, da frage ich mich, wer kommuniziert da mit wem? Wer soll wo irgendwo was, äh, überdacht haben? So, keine Ahnung. Da, 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 da finde ich, hakt schon wieder diese, diese Geschichte dann auch ein bisschen. Ähm, da müssen wir aber einfach abwarten, was da noch so an Informationen in den nächsten Wochen und, äh, Tagen letztendlich auch noch kommt. Ich denke, da wird sich jetzt eine kleine Schlammschlacht oder eine kleine oder eine große Schlammschlacht jetzt noch entwickeln auf Schalke. Dann Jörg Grabosch, Obedienunternehmer, unter anderem Geschäftspartner gewesen von, ähm, Stefan Raab, äh, hat die Firma Brainpool, war dort Mitgesellschafter, ähm, der ist mit dabei, Ingo Anderbrügge, also auch ein Ex-Spieler, Eurofighter und Ex-Kapitän von Schalke 04, ähm, und Rüdiger Mengede. Der ist Unternehmer, hat sein eigenes Reisebüro, Reisebüro Mengede und, ähm, war früher auch, äh, Geschäftsführer der, ähm, äh, Arena Management GmbH, ähm, hat also, wie gesagt, Erfahrung im, äh, bei Schalke 04, war insgesamt sechs Jahre da, hat die, äh, Veranstaltungen in der Felddienstarena, äh, gemanagt und, ähm, nicht nur das, auch, äh, war er Geschäftsführer. Bei Stöltingen. Also, ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr bunter Haufen, der sich da zusammengetroffen hat. Wer jetzt die anderen fünf Mitglieder sind, das ist einfach noch nicht bekannt, das, ähm, ja, müssen wir einfach noch abwarten, wer sich da noch weiterhin outet und wer nicht. Generell, naja, ist schon sinnvoll zu wissen, wer da alles mit drin ist und, ähm, ja, damit wir auch wissen, wer da gegebenenfalls welche Interessen, äh, verfolgt und wer, wer, welche nicht. Also, einiges los im Moment auf Schalke, ähm, ja, ähm, wir werden auf jeden Fall auch bald wieder drüber diskutieren können. Am Donnerstag bin ich das nächste Mal online, kommt gerne, äh, in den Livestream um 20 Uhr. Und, äh, ja, dann bekommst du, äh, ja, immer die neuesten Informationen über Schalke 04 und, ähm, ja, hast die Möglichkeit mit mir im Livestream direkt darüber zu reden. Okay, mach's gut, bis dann, Glück auf und ciao.